So, 5 Millionäre auf einen Streich. Das ist ja immer ganz schön, denn da können sich mehrere Tipper gleichzeitig freuen. Und damit ist der Jackpot also weg und geht zu gleichen Teilen nach Nordrhein-Westfalen und zweimal nach Hessen. Jeder bekommt rund 4,7 Millionen Euro. Glückwunsch. Erste Lottozahl ist die 45. Das sind aber erstmal nur 3 Millionäre. Die anderen 2, bei denen hat zwar die Superzahl nicht gepasst, dennoch sind es jetzt aber Millionäre mit nur 6 Richtigen. Rund 1,2 Millionen Euro. Einmal nach Nordrhein-Westfalen und einmal nach Sachsen. Weiter geht's mit der 5. Somit geht's heute also wieder von vorn los in der obersten Gewinnklasse von 6 aus 49. Wartet für die 6 Richtigen mit der passenden Superzahl ein stolzes Millionchen. Die nächste ist die 15. Und ebenfalls etwas mehr als eine Million Euro. Die gibt's im Spiegel 77 in unserer Zusatzlotterie. Also auch dort heute eine Millionenchance. Vorausgesetzt natürlich, sie haben da das Kreuzchen gesetzt und spielen mit. Weiter geht's mit der 28. Und dann gehen nochmal Glückwünsche nach Nordrhein-Westfalen und nach Thüringen. Denn da hatten zwei Tipper bei Super 6 Glück. Jeder bekommt wie immer 100.000 Euro. Viel Spaß mit dem Gewinn. Vorletzte. Das ist die 32. Also Sie sehen, es war dann doch eine sehr gewinnerfreudige Ziehung letzten Samstag. War also einiges los. Und es ist ja schön, wenn so viele gewinnen und nicht einer damit wegläuft. Und vielleicht trifft sie ja heute. Mal gucken. Die letzte ist die 1. Hier sind sie nochmals, die 6 Richtigen. Von heute in einer Reihe. Superzahl heute ist die 5. So, jetzt gucken wir uns natürlich alle Gewinnzahlen nochmals an. Hier sehen Sie die Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 1, 5. 15, 28, 32, 45 und die Superzahl 5.